Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Kaffee, Kekse, Klönschnack. Und es geht um Straßenlaternen, um Umis, um Toiletten, einen 74-jährigen Lkw-Fahrer und Bewerbungsgespräche am Sonntag. Dran bleiben! Bleibt dran! Jetzt dürfen wir nichts vergessen. Angeteasert haben wir das. Also Straßenlaterne eine ganz tolle Geschichte. Genau, fährt ein Fahrer auf dem Parkplatz. So geht die Geschichte los. Genau. Und denkt sich, da ist eine Straßenlaterne. Er hatte zufällig den richtigen Schraubenzieher dabei, hat unten mal die Straßenlaterne aufmontiert, hat ein Kabel rangehängt, hat den sich an den Lkw montiert. Sicherlich nicht über die Bordelektronik, aber ich denke mal, der war schon vorgerüstet und hat sich dann mit 220 Volt mal zur Ruhe gelegt, vorhin schön Fernsehen geguckt. Aber du kannst mal sehen, was Lkw-Fahrer alles so können. Wenn ich das gemacht hätte, würde ich tot neben der Straßenlaterne liegen gegen den Stromschlag. Der hat also unter vollem Strom das angezapft. Das finde ich toll. Ja, eigentlich grundsätzlich handwerklich begabt. Also als Elektriker würde er weit kommen. Dieser Fahrer möchte sich bitte bei uns bewerben. Und zwar hat er jetzt auch ein Verfahren am Hals wegen Entziehung elektrischer Energie. Ja, weil er nämlich über Nacht erwischt wurde, weil die Polizei vorgegangen vorbeigelaufen ist. Was ist das für eine Verbindung zwischen Straßenlampen und Lkw? Ja, und jetzt hat er ein Problem. Bei uns für deine Prämie kriegen, ne? Den Strom Einsparung. Zumindest unseren Strom. Ja, natürlich, klar. Für den Standheizungen muss er sein. Alles aus, hat höchstwahrscheinlich so einen kleinen Heizkörper gehabt, 220 Volt. Ja, grundsätzlich nicht. Hat die Kollegen zur Sauna eingeladen, den Fahrer aus? Ja. Na ja, gut. Gut, jetzt geht's um Bewerbungsgespräche bei der DHL. Die DHL hat geladen und sieben Bewerber sind gekommen. Aber war zu. War zu. War am Sonntag. Sonntag, ja. Standen die dann vor verschlossenen Türen. Und ja. Der, der geladen hat, hätte wahrscheinlich das Bewerbungsgespräch zu seiner Einstellung nicht bestanden. Ja. Weil er sich im Datum vertan hat, hat die Bewerber sonntags eingeladen und nach 40 Minuten sind die erst gegangen. Ja, da kannst du mal sehen. Die sind am Sonntag gekommen und haben 40 Minuten gewartet. Also, die hätten eh nicht bei der Post anfangen können, weil mit solchen Leuten können die da gar nichts anfangen, weißt du. Und dann hieß es ja später, ja, wir haben die Leute angeschrieben und die hätten ja dann auch sehen können, dass das Datum falsch ist. Ja. Grundsätzlich. Sie können auch noch sagen, sie haben keine Schuld. Finde ich super, wenn einer kommt am Sonntag, weil du sagst, ich habe sonst keine Zeit für Bewerbungsgespräche. Jetzt kommen die schon. Ja, auch die sieben Leute mögen sich bitte bei uns melden. Genau. Auch am Sonntag. Wir kommen dann raus. So. Der, der, der jetzt kommt, soll sich nicht bei uns bewerben. Nee, der kommt auch aus den USA. Das wird auch zu teuer. Das Ganze. Ja, da hat er Frust gehabt, ne? Ja. Hat er ein Paket abgeliefert, der Paketfahrer. Ja, wollte er abliefern, der war wieder nicht zu Hause. Und dann haben Überwachungskameras aufgezeichnet, wie er das Paket sich schön vor den Vorderreifen gelegt hat. Einmal drüber, nochmal drüber und dann mit Anlaufen nochmal drüber. Ja. In dem Paket war eine Fernbedienung für den Fernseher, die war danach noch flacher als vorher. Ja, war ein ganz neues Modell. Amazon hat das Ding ersetzt und was mit dem Fahrer ist, weiß man nicht. Aber bitte nicht bei uns bewerben. Auch nicht bei unserer amerikanischen ... Don't call us. Ja. So, der nächste ist ja sehr ... Ja. Ja, was ist das? Ist das traurig oder ist das lustig, Axel? Ach nee, es ist traurig. Ja. Hier wurde eine alte Dame, 92-jährige Dame, hat von ihrem Neffen, also einem nahen Verwandten, Alkohol geschenkt bekommen. Sherry, glaube ich. Und der Paketfahrer wollte einen Ausweis von der Dame sehen, weil er sich davon vergewissern wollte, dass sie auch schon 18 ist. Harvey's Bristol Cream Cherry. Ja, der ist lecker. Ja, das leckere Zeug. Habe ich mir gekauft zur Vorbereitung für die heutige Sendung. Ja. Da muss ich auch so reinkommen. Na ja, na klar. Und du hattest ja auch einen Ausweis dabei, aber der hat ganz klar hart gesagt, auch bei der zweiten Anlieferung, als sie ihm irgendeinen Busausweis ... Ja, der hatte sie nur einen Busausweis. Ist kein Lichtbild drauf, steht bei mir nicht drauf. Richtiger Ausweis mit Namen, Adresse und Bild, sonst kriegst du das nicht. Also da kann man auch 92 sein, man kriegt das in England nicht. Das ist schon ... Ja, aber das finde ich auch blöd, die alte Dame wirklich. Die hätte das so gerne getrunken. Andererseits muss der Neffe halt eben mal persönlich zur Uni hin. Ja, das macht er jetzt auch. Ist ja auch richtig, da hat sie auch gleich noch mal Besuch. Also grundsätzlich ist das nicht so schlimm, aber von den beiden bitte keiner bei uns bewerben. Der nächste Fahrer könnte sich auch gerne bei uns bewerben. 79 Jahre alter Lastwagenfahrer, 24 Stunden ohne Pause am Steuer. Ja. Okay, das war nicht gut. Fit ist er. Aber fit ist er. Er ist fit. Aber wir wissen beide, Axel, wenn die Pause um eine Minute zu kurz ist, dann ist das eben schon mal schnell 24 Stunden am Stück, wie man das eben auslegt. Aber mit 79 leider ist es so, dass viele sich noch wieder was dazu verdienen müssen, weil unser System es leider nicht hergibt, eine vernünftige Rente zu zahlen. Und dann kommt es zu 79 Jahre alten Lastwagenfahrer, wie hier so schön steht. Einerseits traurig, andererseits auch wieder lustig, dass der alte Herr da mal eben nochmal durchgezogen hat und sagte, also mit den Pausen, die gab es früher auch nicht. Und als ich noch ohne Tag unterwegs war, da lief das so. Also richtig einer vom alten Schlag. Genau. Der kann wahrscheinlich den Lkw auch noch komplett alleine be- und entladen. Das macht er bestimmt. Also Adresse unten. So und jetzt das mit dem Klo. Ja. Das ist ja deine Lieblingsgeschichte. Ja, super Ding. Super Ding. Also man darf ja neuerdings den Postboden sagen, wo sie das denn, wo sie ein Paket hinbringen sollen, wenn man nicht zu Hause ist. Und einer kam auf die glorreiche Idee und meinte, man könne das Paket auch zustellen, indem man es durch ein offenes Fenster wirft. Grundsätzlich eine gute Idee, Axel. Vor allen Dingen, wenn es ein Lautsprecher ist. Ja, genau. Aber gut, geworfen hat er, getroffen hat er auch. Ja, das sollte weich fallen, das Teil. Ist auch weich gefallen, weil Wasser ist ziemlich weich beim Aufprall. Nur das Fenster war eben ein Fenster zu einer Toilette. Auch noch nicht weiter schlimm, wenn es dann in einer leeren Badewanne landet. Aber der Empfänger hatte vergessen, morgens, wir kennen das Axel, den Deckel nicht zugemacht. Genau. So, und wenn du dann natürlich einen guten Dreier wirfst von unten, um im Basketball zu bleiben, dann landet das Ding eben genau im Tiefspüler. Lautsprecher kaputt und ich glaube, der wurde nicht ersetzt. Nein, bin ich jetzt nicht so in Ordnung. Ja, das ist auch schwierig. Also wenn du sagst, werfst bitte durchs Fenster, bist du blöde, bist dein Klo zuzumachen. Strafe muss sein, Bluetooth, also der Empfänger bitte auch nicht bei uns bewerben. Der Werfer ist schon wieder ein guter. Also wenn du das schaffst. Gut. Axel, das war's. Wir haben glaube ich alles abgearbeitet. Alles abgearbeitet, was wir vorher angeteasert haben. Insofern haben wir alles richtig gemacht mal wieder. Super. Und wir essen jetzt die Kekse auf. Klönschnack. Genau. Es gibt immer nur einmal im Monat Klönschnack. Einmal gibt's für uns Kekse. Also jetzt brauchen wir unsere Ruhe. Bis dahin. Allzeit gute Fahrt. Es wird haarig. Es wird dreckig. Ja, ist gut. Hab ich verstanden. Komm mach einfach. Mein Gott. Immer dieses Gemecker, wenn man mit denen noch was sagt. Wir kommen weiter. Wie kleine Mädchen. Mensch, die Uhr läuft. Wir müssen Geld verdienen. Bleiben Sie dran. Ich pfeife auf Sie. Zehn fünf. Take eins. Klepp.